Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress der Steam-Version. Ja, wir haben wie immer viel zu tun. Wir haben einen Farbenplatz. Ja, aber wir wollen jetzt... Hier sind unsere Katakomben. Genau, wir wollen uns jetzt mal um Schlafsäle bemühen. Also um die erste Stufe an Schlafsälen. Dafür machen wir hier dieses Mal nur einen Zweiergang, das etwas kuscheliger wird. Und ja, wie machen wir das am besten? Darüber muss ich zugeben, habe ich noch nicht so wirklich nachgedacht, wie ich meine Schlafsäle bauen will. Also ich hätte gerne 3x3er Räume auf jeden Fall. Solche Räume. Nur ist die Frage... Ob so ein 1er-Gang da nicht zu schmal ist. Also ich finde schon irgendwie... Ein 3er-Gang hingegen ist zu groß, finde ich. Also wenn wir hier einen 3er-Gang machen würden... Wobei ich glaube, wir bleiben dabei. Wir machen alles mit 3er-Gang. Das war jetzt zu viel. Dann haben die Leute auch mehr Platz, weil... Traffic ist ja auch so eine Sache. In diesem Spiel. Also den Leuten sagen, wo sie langlaufen dürfen und wo nicht. Und ich mache jetzt mal erst mal so 10er-Wandels. So. Können zwar noch ein bisschen weiter runter, aber das reicht erst mal. Ich glaube, hier lasse ich da 2 Abstand. So. Dann wieder 3 für... ...den Gang. Und ja, ich glaube, es ist einfacher, wenn ich das folgendermaßen mache. Also erst hier runterziehen. Und dann den Gang bis hierher ziehen. Musik ist gerade etwas laut. Das war falsch. Hier hin. So, das kann ich eigentlich... ...das gerade so entfernen. So. Und kann... ...das neu ziehen. Dasselbe auch dann hier. Sind eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ...8, 9, 10, 11. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau so weit runter. Kann ich hier eben so weg machen. Was nicht gebraucht wird. Und so. Und so. Perfekt. So, das sind jetzt 30 Zimmer. Das heißt, wir bräuchten... ...nochmal neue Aufträge für... ...für Betten. Hier drüben. Hier drüben. 30 Stück. Und... ...Rockdor. Auch 30 Stück. So. Und dann lassen wir das Ganze mal wieder laufen. ... ... ... ... ... ... ... ... Und irgendwas stimmt noch nicht ganz mit unserem Food. Na, Prepared Food sollte nur 188 sein. Aber das sehen wir nicht so richtig, weil Zeug im Weg steht. Und hier weiß ich immer noch nicht, warum Barrels nicht weggenommen werden. Ich habe doch weiter unten in der Küche gesagt, dass hier Barrels gestort werden dürfen. Hm. Okay, wir haben gerade keinen Platz mehr, aus dem wir was kochen können. Quarry Bush Leaves hätten wir ja. Äh, nee, halt, aus dem wir was brauchen können. Nein, Plans haben wir nicht. Allerdings hätten wir... Foods. So. Weiter laufen lassen. Dann fangen wir mal weiter an. Türen zu platzieren. Alert. Eine Karawane ist eingetroffen. Menschenkarawane. Ah, okay. Damit kommen wir klar. Oh, ich wollte eigentlich was gucken. Äh. Äh. Game. Äh. Auto-save frequently. Auto-save the game after bug. Pause after auto-save. Pause after loading. Ja. Ja. Enable bla. Enable testing arena. Da, 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 da. Das brauchen wir alles nicht. Was ich eigentlich gerne hätte, wäre, äh, Autopause auf Alarme. Okay. Keybindings brauche ich nicht unbedingt. Enable temperature, enable weather, cave-ins. Nein, es gibt scheinbar leider keine Autopause bei einem Alarm. Äh. Ah. E-Tanto game. Okay. Also, move goods. Ähm. Bins. Haben wir nur ein Finish Good Bin mit einem sehr hohen Value. Das sollte mal hingeschafft werden. Und dann brauchen wir noch ein Broker beim Trade Depot. So. Es wird schön, wie man jetzt auch auf dem Trade Depot ganz genau sehen kann, was dort deponiert ist. Also, ja, ich glaube, das konnte man vorher schon sehen, aber man hat es halt nicht erkannt. So, gucken wir mal. Pets Livestock ist alles noch in Ordnung. Stray Keat. Das könnten wir auch wieder schlachten. Und die menschliche Karawane. Und Dead Missing. Ja. Als nächstes müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen unsere Arbeitshallen vergrößern. Hier müsste nämlich zum Beispiel noch ein Fishworker hin, auf jeden Fall. Also, ein Fishworker, ein Ladderworker. Okay. Sie unloaden ihre Goods. Dann gucken wir mal ein Trade. Okay. Sie unloaden noch. Das sieht langsam so aus, als ob sie alles unloaded hätten. So, dann traden wir mal. Wir müssen jetzt wirklich wieder alles einzeln auswählen. Die ganz wertvollen Sachen, die sollten wir nicht auswählen. Okay. Okay, das Gift ist schon ausgeblendet. Und ja, wir haben sehr viel Zeug in dem Binnen. Deswegen ist das so wert. Wie wert. Äh, mal gucken. Ein bisschen Rope mal kann nicht schaden. Und den Clay kaufen wir auch mal. Und das Glas. Äh. Musikinstrumenten brauchen wir jetzt keine unbedingt. Kaufen wir mal zwei Käfige. Bierfass ist auch nicht schlecht. Ja, kaufen wir auch die zwei. Nee, Buckets können wir selber herstellen. Äh. Äh. Eine Ironpick. Brosse Pike. Silver Flail. Training Sword. Leather Armor. Nehmen wir die mal mit. Die zwei Kisten können wir auch ruhig mitnehmen. Äh. Feedbacks bringen uns leider nichts. Leder wäre nicht schlecht, wenn ich es zu haben mal. Und Wollstoff wäre auch nicht schlecht. Das ist alles nur Stoff. Ein Ring. Large Gems. Äh. Iron Envy. Das kommt noch. Hm. Meat. Ja. Pferdefleisch. Katzenfleisch. Orca Street Bread. Warum nicht? Maultierherzen. Castwell Herzen. Fisch. 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 Fisch nehme ich mal alles, was er hat. Pflanzen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ach. Ein paar Erdbeeren. Wären auch nicht schlecht. Artischocken Herzen. Noch mehr Leaves und Fruits. Blowbeeren. Schnaps brennen. Garn. Also Fred brauchen wir gerade keins. Backpacks. Schieblätter Badpack wäre nicht schlecht. Äh. Quiver wäre auch erstmal nicht schlecht. Käse. Ein bisschen Käse können wir mitnehmen. Das heißt, wir werfen jetzt wieder auf unserer Seite den Pot. Außer das teure Ding. Und gucken so, dass er, ja, so Profit macht. Trade. Okay. Also wir brauchen noch ein bisschen mehr. Äh. Nein. Den da sicher nicht. Und so viel Profit gestehe ich ihm auch nicht zu. So. Jawohl. Das heißt, wir können hier wieder raus. Können unseren Broker wegschicken. Und können... Äh. Pins. Die ich da auch wieder rausnehmen. So, dann können wir mal anfangen, hier die Wände zu smoothen. Lachen. Ja. Lachen. 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 Hier drüben genau so. Müssen wir mal kurz gucken. Du trinkst und du machst Walkcrafts.